der inhalt der auch die spielte der dritte dann hat er definitiv kein film mann guck dir den typen noch mal an er soll sich nur das ist ja auch eine mumie alter das ist ja ohne scheiß alter der das muskel ist schon längst weg der muskel ist schon längst abgefallen weiß was ich mein die hitlerbinder hat er um die schulter gebunden da am bauch ja aber da fehlt leider die dingens ne die armbinde amumu ist halt nicht so groß da passt die hitlerbinde nicht um armen die passt nur um bauch jetzt fehlt eigentlich nur das hitlerbärchen naja hat er ja eigentlich wenn du genau hinguckst der schatten von der nase und so ja ja und dann ist der skin heißt eigentlich almost from king amumu sondern hitler reloaded auf dem grab oder die haben so rackern mit ghost und hier liegt kotze ja der ist noch nicht so weit der ist wahrscheinlich noch nicht level 10 ich wollte mal kurz nur so nebenbei sagen die haben dründermir, vayne und zed alter und so rackern dründermir wird aber auf der top lane nicht glücklich weil ich timo spiele naja ich hab ja eine gute ach das stimmt das ist ja dein smurf da hast du den skin ja nicht aber ein eine sache haben wir ja in dem skrana skumbag skumbag rams so ein skumbag typ he hi it's shauna ja der wollte wahrscheinlich saunaschreiben als verkackt ey ja sauna war schon vergeben ey ich glaub wohl winter wonderlulu aber so rackern ist die geilste ey you can touch this so heiß eine von meinen rune seiten pfff ah der hat gedacht geil ey ja der hat direkt gesehen, dass ich gesagt boh ne ey hm ey die sagen so ein geiler ich bin so ein geiler typ ey ich will nicht mit support item stand, ich bin duran dring ey timo no skin report und scheiß alter leona und finkens auch, was ist da los ja sorry das ist smurf account, ich bin einfach nicht so weit für klar auf meinem main account hab ich n smurf, da hab ich plüshake auf meinem main account hab ich n smurf, alles klar das macht sinn auf meinem main hab ich n skin hab ich gesagt ja ich hab gesagt auf meinem main hab ich n smurf das hab ich auch gehört alter hört auf mir die wörter im mund zu denken ich mach das wie take ey ich mach das wie take, ich glaube eher scheiße und dann kann ich mit einem satz euch so motivieren dass ihr daran glaubt wir haben es ne hasst da mitgekinkt mit diesen typen Patrick wohnt von mir achso ja ja das video ist aber auhr alt www slash raute slash raute w äh sc raute slash raute und dann hä wie oft hast du denn grade raute verglebt eil wieso? einmal ey, weil das da versteht ey puklu nein man du hast www raute slash raute bl 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 Nein ey, hör auf. Das hätte ich doch wohl gemerkt, ey. Dann hab ich mich echt so krass verhört. Ja, auf jeden Fall, ey. Ja, und den Dude hast du auch nie wieder irgendwo gesehen. Doch, der Dude war immer noch da. Nur Tank ist dann ein Geiz. Ja, ja, aber ich meine danach, weißt du. Der Dude hat das noch voll lange weiter gemacht da. Wo Tank schon weg war bei ESL. Aber das ist keinem aufgefallen, weil niemand mehr ESL geguckt hat, weil er immer noch Tank TV. Ja, warum sollte man auch ESL gucken ohne Scheiß? Ja, bei einigen Veranstaltungen musste man das, weil die... Ja, ja, da muss man ja heute noch, ey. Ja, go for SE2 Cup oder so. Wenn da kein Dings dabei ist, kein, äh... Wie heißt er noch? Mr. Pink oder so? Dann ist das ein bisschen ein Erbferd. Vielleicht startet der Edwin Blue. Colin? Hey? Was ist da los, ey? Sun always shines on TV. Oh, ich weiß nicht mal... Oh, ich weiß nicht mal... Volle Konzentration hier. Auf einmal ist Ruhe, weißt du? Ja, aber richtig. Oh mein Gott! Hört auf, euch zu konzentrieren. Das geht nicht. Mir zu leise. Oh, f***. Ich hab meinen Efe vorbehause, und sieh ja tot. Ich glaub, schön, der wäre, der hat schon keinen Bock mehr. Ich muss nicht fallen Loll, kann ich mich voll auf Farben konzentrieren? Auch nicht schlecht Mann ey, ich hab zwölf Last-Hits ey, was ist denn los? Wow Da ist Eichel-Scaner, was ein Scheiße ey Ah, ich bin tot, oder? Ja, ich bin tot So'n Scheiße! Toll, er überlebt das Weil ich mein Ignite nicht drauf gekriegt hab GG, Alter Trindermehr 1-0, ey Unglaublich Pass mal auf Lulu Awww Ich bin immer noch angepisst, ey Ich hab mein Ignite nicht drauf gekriegt Und kein Mana für Kupfer ab Ah, ich glaub ich brauch Timo einfach Hybrid Skada ist Mitte, Level 3, Alter Ich hab kein Mana, aber wir können den wohl ein bisschen... Oh ne, Zett ist da Weg, 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 geh weg Ja, und das Licht, das Licht ist zu hart Okay Ich bin da mehr, tell the way Kannst du nicht machen? Naja, du musst mit deinen Item Minions gelegentlich mal angreifen, dann kriegst ich Geld, dann kriegst du Geld, alle kriegen Geld und ich krieg Kiel Alles ist awesome Ja Oh, ich liebe es, Alter Wenn Jungler Greedy sind, das ist immer so Also du musst den quasi, äh, Last tippen Achso, aber dann nehm ich dir den Farm doch Ja, ne, 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 mach Tu's, siehste, zack, hab ich auch Geld Und mach Fuck, mach doch Geld Ah, okay Du hast dein Weh jetzt, ne? Ja Dann, versuch mal zu Engage und demnächst Alles drauf Oh man, ich bin so Fuck Jupp Ach, so hab ich nicht Mana, fuck life Auch ein bisschen mal so gierig, Klöte Ja Weil mein Jungler in die Mitte kommt und mir die Lane hält Weg, 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 weg Skana, 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 Skana Alles klar Ja, ich wollte nicht weggehen, dass er meine Lane vorstellt, also da hatte ich keinen Bock drauf Ok, Skana, Skana Er ist Level 6, ne, nur so Pff, er rafft's nicht Haha, jetzt ein Trolle Haha, er rafft's nicht Wann mal, wieso Wann mal, wieso ist er jetzt eigentlich Level 6 schwimmen hier, Alter? Ah Ich hab XP vom Kiel gekriegt und ich hab Den Minions in den Tower denied Ja Bunk Queer der Trade Ich muss zurück Alter, was ist das für ein Damage, ey Er hat buff Ich hab ihn doch geweht, oder nicht? Halt auf, wie? Ey, ich hab W auf cooldown, ich hab mich selber nicht gebufft Hä? Wie ist das denn jetzt zustande gekommen, erklär mir das bitte Und nach der nächsten Wave gehe ich zurück Ich gucke einmal durch und dann bin ich Ja Sag ich, hau rein Doch, ballen wir jetzt an der Treffbuffe Hey, ich glaube mein W ist in seiner Ulti verschwunden oder so, aber das kann ja eigentlich nicht sein Na Achja, Skana, schon wieder Toplane Kannst du ihn ulti'n? Jo Okay, ich bin weg Gibt's doch nicht Ey, ich wollte grad sagen, Alter, wo ist die Ulti, ey Das gibt's doch nicht, ey Er kann flashen, alles, ey Voll am feeden Warum ist denn Skana der Hurensohn die ganze Zeit auf der Toplane? Voll am feeden Genau weiß Ja, bin ich halt beim feeden, ist mir scheißegal, ey Müsste ja auch mal was reißen Müsste ja auch mal die Lanes die ganze Zeit pushen, dass er auch mal woanders hinkommen muss Ich hab gepusht Wenn ihr dazu nicht in der Lage seid Ich hab gepusht, aber ich bin auf der anderen Seite der Welt Ja Meine Waffe ist grad und seit Dauer geraten Also, ist okay Ah, 2-0 Man kriegt die ganze Zeit dann wieder fahren, kommt dann mit dem Farmshills mal ran, weil ihr dann freefarm geht Okay, ich bin da Kannst, wenn du engage'n kannst, engage Ja Wenn ich dafür flashen muss, okay, zurück Gelohnt Die ist gone Komm gleich wieder am Mittelfeld Komm zurück Ah, ne Schon wieder, Alter, mein Weg Da hatte ich keinen Flash mehr Ja, ich bin klinisch tot, ich hab immer noch keine Ruhe für das Der verfickte Skana Ja, Zed dived mich gleich Unser Red ist weg Red ist weg Zed hat keine Ulti Ulti in 4 Ich hab die Ulti jetzt ready und auch Mana Ja, go, 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 go Was? Du musst irgendwann ulti'n Wenn du Gang, dann musst du ihn auch cc'n Stay at the Vanguard Verkackt Oh, was? Doch, was hast du gemacht? Ja, ich wollte noch mit Ich hab Barrier zu spät gedrückt Siehste, ich hab sie doch Wie hat er mich geniht? Natürlich ist Skana schon wieder hier Ja, da war ich halt Temo, ey Ne Ah, ne Ne Hat nicht ganz gepasst Nein, tut er nicht, oder? Nein, er tut's nicht Er überlebt wieder mit 5 HP Egal, Sorak hat mich nur getötet Haha So, wir denyten tauschen Du, Bot, ich Weil die ist Underfeed'd Ungefur ausgeglichen, mehr egal Wenn du willst halt, ne Bump die Helden Wollen wir ein paar Tower nehmen oder so Ah ne, keine Minutes hier Ach komm schon Ich verliere meinen mit Tower eh gleich Ich kann nicht vor, scheiß Tor wird mich dann direkt hinten Ich kann mir nicht schillen, voll Ähm, Mumu vielleicht mitte halten, wie? Jawohl, versuch Ach, er ist schon wieder hier, ey Meine Fresse, ey Ich sag nichts mehr, ist mir egal, ich lege mich Alter, der Tower ist aber auch irgendwie Z-Kombot wahrscheinlich Ah ja, klar, jetzt haut er mich mit dem Scheiß weg, ich glaub's ja nicht Das frisst ich doch nicht Fuck you, ich hab Ulti gezogen deswegen, ich hätt's wissen müssen Lass mal irgendwie Mitte hier, guck dir das nochmal an Nein, ich seh's gerade auch, ähm Du Diver Weiß ich kann mir keinen Kälte kaufen So, geil Ich muss die Tower nochmal ein bisschen Okay, er ist locker Dann kommt es locker Oh ja, ich schau's Right So, ich gebe nicht Ich muss mich bleiben Du tienes Du wirst Du wirst Du wirst Du wirst Du wirst Du wirst Schauer Du wirst Du wirst Nochmal, ich hab gleich Fleisch, Alter. Laub! Ist auch noch drunter mir, ich sag's dir. Laut kommen wir in der Blue. Outline ist niss. Ich hab nen Scanner gefunden. Komm ich schon. Ja, die haben Blue-Buff von uns. Das ist richtig smithend. Ich werde dich schützen. Wir schaffen einen Dragon. Ja, komm lass den Glocken. Ah, das gibt's noch nicht. So ein Schrott. Scanner top. Was ist der Scanner bei dir, Timo? Der Sun ist immer wieder hoch. Ist ja klar, dass er hier ist. Sie sind immer alle Top-Lane. Oh, Zett ist da drin. Ich bin ja nicht umsonst viermal gestorben. Oh, hi. Der ist nur ne Soraka und ne Vayne, Alter. Das sind natürlich ein paar viele, äh. Achso, hau die mal, hau die mal. Ha'n den dann. Der hat gar keinen holen. Den dicken. Ja. Nice. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Fuck you. Bäh. Jetzt n anderen. Fuck. Soll'n Red abchecken von denen. Ich komm jetzt n Ding ins Bau, n echten Sonias gegen dieses Stück Scheiße. Nee, ist so nötig. Alter, Mitte wird schon wieder gepusht. Good job. Schön. Is das Raka? Ne. Ja. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr Top-Lane kommen. Jetzt ist die Lane eh schon voll verloren. Okay. Rappen. Ja. Läuft, aber bis jetzt ganz gut hier unten. Okay. Ich hab' nicht gekriegt. Zett kommt Top. Er holt ihn 6. Leute, 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 Leute da. Ist er chillt im Busch? Ah, ne, da ist er. Scheißegal. Ich werd' jetzt weiter fienden. Klar. Weiß nicht. Hat er gewordnet, oder? Sicher. Ich hab' halt in einer Stunde gesagt, dass der Koffer ist noch ein bisschen schräg. Äh, ich bin gleich tot. Das ist mir scheißegal, ob du das vor einer Stunde gesagt hast, oder wann auch immer. Das interessiert mich nicht mehr. Oh nein, Skarner holt ihn. Fuck you. Alter, sein Ding macht ja gar keinen Damage. Ohhhh, so Racker. Lauf, 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 hol sie. Hat sie n... Hä, womit hat sie mich denn gerade slow? Ohhhh. Hast du Expansche? Ja. Verdammt, ich bin einfach zu langsam. Weiß nicht. Es wird, glaub ich, nicht so weit gehen. Der ist drunter mehr. Und schon wieder beamen. Du musst aufpassen. Da ist es gewordet. Na. Ich verpiss mich mal von hier. Ich hab'n Geld. Alles klar. Bitte, Mitte, Mitte, Mitte. Ja, ich komm. Woher? Also, nur weil die jetzt schon fighten können. Kana ist bot. Ah. Ich hab'n Mana. Ich hab'n Mana. Ich hab'n Mana. Ich hab'n mehr Potenzial gesehen. Nein! Ja, klar! Ich krieg'n Tower Focus wieder mal. Wie immer. Du bist ja auch Timo. Du wirst gehasst. Richtig. Scanner läuft ja schneller wie ich. Hab'n ja ganz vergessen. Ich hab'n ja nur den Boot. Äh, nicht? Ja, er muss halt wehdrücken. Dann kriegt er immer mehr Speed. Das ist das Ding. Kommen sie jetzt mit. Fick doch, ey. Fuck. Ja, Moment. Ja, könnte sein, dass er noch stirbt. I will break their line. Unwahrscheinlich. Doch, er stirbt. Aber an mir! Good job. Er wäre auch noch Pils verreckt, aber... Obwohl, weiß ich nicht. Ich muss mal Bot Lane rennen. Ja, ich brauch' gegen den schwasten Sonja so'n Gegentwinder dann. Oh, Mann. 7-0 Twindermeer. Er hat jetzt auch mehr Farmer als ich. Happy Birthday. Ja, ich brauch' nicht. Der Knife. Der ist diese Ratte. Warum macht sie hier so viel Damage? Wo kommt sie auf einmal her? Auf einmal steht sie neben einen. Rally to me! Er will in 2.0, ey. Macht mehr Damage, ey. Und bin nicht aufgedankt. Direkt neben mir. Ich muss mal Bot aufpassen, ey. Sepp könnte jetzt wieder rumgehen. Ah, ne, der ist weg. Ah, Sepp. Hey, Hiff, nehmen wir mal Drag. Oh, die Minions! Ja, Mini! Sein Item bist du rumfrocken lassen. Sepp kommt down. Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Hau rein! Ich bin weg! Loool! Mir heizt einfach weg. Die feige Ratte haut ab! Haha, richtig feige. Ja, ich hab noch recht durch die Kugel gedrückt. Da hatte ich noch 3 Sekunden. Oh, dründer mir. Musste ich überleben. Unter dründer mich. Ja, wo ist die Ratte auf einmal hin? Ah, jetzt hab ich das richtige Item für... Wieso mache ich euch alle, wenn ihr einzeln seid. Ich weiß, wieso mache ich hier kein Damage. Klar, beamt sich wieder durch Gegner, wie er will. Juuu. Ach, da hast du... Lächerlich. Lächerlich. Er ist Legendary. Ja. Ja, 8-0. Du willst doch noch nicht alleine rein, oder? Ja, ne? Ich will nur gucken, ob hier noch einer steht. Vielleicht kann ich einen Klapschraum, ne? Ja, z.B. die Wain. Hauptsache Timo einfach ganz kalt um Splitpushen, ne? Was soll ich das machen? Ja, dieses Sword of Divine ist echt böse. Ja, auf Twitch ist auch, äh... Ja, das ist auch das Wichtigste auf Twitch, dass du da irgendwas mit viel Crit hast. Gerade am Anfang. Weil dir am Anfang einfach der Damage fehlt. Da reinfet du nämlich Spitzhacker hast oder so. Ja, weil ganz am Anfang fehlt dir der einfach. Du musst deine komische E-Attacke, die musst du auf Level 3 kriegen. Und vorher kannst du mit dem Guide machen. Naja, stimmt schon. Weil die die so hart gewirft haben. Wunderbar. Ey, Sword of Divine an und Crit, Crit, Crit. Oh nein, 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 nein! Ge-Guidet! Haha. Oh man ey. Alle rein. Oh man ey. Aber, oh ne Scheiß. Guck-Giting ist echt böse. Leute, der Tower steht da noch, ich glaube nicht. Jaja, push die scheiß Lane die ganze Zeit und dann kommt einfach mal kurz, drückt zwei Tasten und ist wieder im Messen. Ich hab ulti. Hm, hat Zett geultied? Ja, ja, hat er. Aua. Ich hab's gar noch. Ja, ja, ja. Nein. Zett, okay. Zett verreckt noch. Oh Mann. Komm mal hier runter. Hier, hier, hier. Zett, was? Zett überlebt das? Guck. Das ist nicht so. Ihr habt Eier, aber drinnen müsst ihr keine Ulti haben. Oh, da kommt's ja Raka. So Raka noch dabei. Ja, ich vermache. Na. Hast du Flash? Nein. Ah, das könnte sie jetzt aber das Leben kosten, ey, diese Raka. Nein, 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 nein. Renn nach oben, ren nach oben, ren nach oben. Wie groß ist die Reichweite eigentlich von seiner Ulti? Er ist noch gesprungen. Gar nicht so groß. Er ist noch mit seinen Dingens gesprungen, mit seinen Schatten. Sah nur sehr weit aus. Na, sah ich so aus. Hat er geultied, der Zett? Ja, der hat geultied, glaub ich. Shadow Slash. Ist doch die Ulti von dem oder nicht. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Ich bin ein bisschen... Ich mein, die Vayne ist grad aus Latschen gekippt von zwei Prozent. Aber ich bin nicht sicher, ne? Also ich kann's nicht hundert Prozent sagen. Sein Ulti ist Dead Mark, glaub ich, oder nicht? Irgendwie so. Gehst du die Top-Lang krieren, oder? Gehst du das Malz hier auf, dass du dich dahin bewegst. Er stirbt nicht! Achtung, ich bin gleich da. Er stirbt nicht! Ja, Zett ist auf jeden Fall based. Der hat auf jeden Fall weh. Ich hab Sonja, fuck! Ach, dammit. Hm, Soraka überlebt das? Wie das denn? Ja, ist mein Sword of Divine abgelaufen. Kauf ich mir denn jetzt? Ich glaub... Ja, ich weiß, was ich mir kaufe. Ab geht, ey. Wir müssen wirklich nur als Team rumlaufen. Ohhhh. Schön. Eigentlich nicht! Ich mein, wenn... Wir haben Temo zum Split-Buschen, weißt du, er ist der Neuengest-Fakt. Wir haben Twitch, der die ganze Zeit Kills abstaubt, weil die off-position sind. Das heißt, Team-Fight ist eigentlich übelst Kacke. Ja, stimmt auch wieder. Weil wenn die Scanner und Tründer mehr im Team-Fight haben mit Vaynen hinten... Nee, ob die Vayner da... Oh, Shits sind weg. Aber der Zett stirbt vielleicht noch. Nur für Gift. Ach, Quatsch. Nein. Der Zett stirbt nicht. Ah, stimmt. Das 150. Mal, dass er überlebt. Lifehack. Lifehack. Lifehack, okay. Es ist schon das dritte Mal, dass er mir mit 5 AP davonkommt, Alter. Schon jetzt mal Lars Whisper. Nächstes. Aber diesmal nicht. Geh mir auf die Eier, dass er so viel aushält. Oh, Leona! Leona! Ja, ne. Nein, gefailt. Ja, aber er läuft in die falsche Richtung. Ja, er läuft in Richtung Tower. Ja, er läuft in Richtung Tower. Ah, er will sich exekuten. Nein! Fuck! Nie wieder Leona Speed-Buff geben, Alter. Memo an mich selbst, denn. Ah. Aber wieso hab ich endlich... Ja gut, ich hab das noch nicht gemaxen. Oh, oh, Soraka fies. Ein Einwein? Alter, was ist mit der gerade passiert? Geplätzt. Übelst geplätzt. Mal kurz verrissen, Junge. Ey, mein Gott, der Tower fällt endlich. Es ist ein Wunder. Ja, Timo ist auch dabei. Nein. Und Trinder pusht drauf. Und Trinder denkt, der ist Split-Bush-Gänger. Trinder kommt, glaube ich, runter. Ne, Trinder bleibt. Ne, Trinder bleibt. Ich habe kein Problem mit dem. Ich habe Ulti... Shit. Ich bin nicht einer Ulti in ganze Art. Ich bin nicht... Nein. Ich bin nicht zufrieden als... Die nicht Twitch anjumpen, sondern, hä? Na ahnung, ist mir doch egal. Missglick, wahrscheinlich. Jetzt, ich mein, weißt du, ich würd ja den angehen, der irgendwie 15.000 zu 0 hat, oder 16.000 zu 4 halt so. Aber ist okay. Ich würd glaub ich LZ auch Leona an Ulti in, das ist... Oh, Z? Ich glaub ich geh den einfach nur auf den Sack. Ja, weißt du was mich schon wieder... Was? Jaaaa, richtig. Das hat doch nicht wahr sein! Jaaaa, das hat der Sack drauf. Es gibt nen 5 HP ohne Schalt. Haben wir jetzt... Ah, das darf nicht wahr sein, ich glaub ich hol mir jetzt nen Guardian Angels aus mir ist das. Als letztes. Weck dich weg, alter. Ja, als letztes quasi. Ja, ich hab bald nen Dingens, ähm... Bitchbeine. Aber ich hab schon wieder meinen Sonias nicht gezündet. Irgendwie... Ich komm mir da noch nicht drauf klar. Wann hab ich denn das letzte Mal Sonias benutzt? Ähm... Welchen Champion? Ja, Z hat auch 16-4. Ist nicht schlecht. Der Ruso. Ja, wenn er nicht Leona an Ulti in würde. Egal, ist unser Recht sein. Die Ulti da unten hat er grad eben auf mich gemacht. Naja. Ne, ne, am Ende hat er doch die Ulti auf Leona gemacht, oder nicht? Naja, auf mich? Achso, ja, grad eben. Also davor, mein... Aber seit diesem Mittel. Kann mal... Angesicht... Da stand ich aber auch neben Twitch. Kann sein, dass das ein Nitzel war. Ja, da ist Gründer mehr, hab ich gefunden, ne. Darf nicht wahr sein, ne? Warum kommt da ein Scanner? Was? Achso, Suraka. Ui. Äh, nope. Hörtet es. Danke. Aua, ich krieg ins Gesicht von... Scheißhaufen. Nein, ich hab mein... Oh, ich hab mein Schild... Weil... Fickt sie alle! Enemy Triple Kill. Gana hat nen Triple Kill, Alter. Ja, jetzt wird's aber dreist, ey. Ohne Scheiß. Jetzt wird's aber dreist, ey. Warum macht ein Scanner so einen Damage? Macht er ja nicht. Alter, willst du mich verarschen? Scanner 601... Junge, er hat halt einfach ne... Er hat halt einfach ne Stunde seinen Q gedrückt. Weiß, das stirbt halt irgendwann, Alter. Alter, ich stand nicht ne ganze Stunde da drin. Ich stand grade nur ganz kurz da drin. Ich hab von dem direkt 1500 Damage gekriegt. Fuck. Komm her. Ja. Ja. 1500 Damage. Nichts anderes. Und ich hab nur 1890 Leben. Da ist 1500 Damage schon ein bisschen was. Ja. Und das vom... angeblichen Tank. Die hat ne Iceborne und so ein binnertes Scheißding. Minion. Was das für'n Damage ist? Ist ja lächerlich. Ja, Minion. Geil, der hat nen Lich Bane, ey. Oh, Mann ey. Nicht Frau. Keine Ahnung, wird Timo sein. So ein hessiger Frosch, ey. Ja, das weiß ich aber auch nicht. Ah. Ja, nur dieser... Ich weiß gar nicht wie Mücke den die ganze Zeit zocken kann. Der ist so asozial behindert und verhurt. Ja, aber er kann. Erstmal spiel ich wieder Gayrin, Alter. Wollen wir ein bisschen drinnen mehr abfucken? Ja, Alter. Ja. Aber warte bis ich um die Spark halt hab. 2 Sekunden. Ja, ne, dich andümpel denn. Here we go. Ist er dein Busch oder so? Weiß es nicht. Ne, wo ist er denn? So um. Vielleicht nichts mehr zu. Kommt von mir, kommt von mir. Äh, nein. Ja, Soraka holt die schon. Oh, weg, weg, weg. Hier kommt Scheiße. Okay, ich bin weg. Wird geultiht ganz kalt, ey. Fotze. Lichbane OP. Jetzt kommt er noch. Wird nicht überlebt. Oh, du Scheiße. So Raka ulti auf drinnen der mir die ganze Zeit. Ne, das ist echt uncool. Aber die Vayne, die ist jetzt mad, ey. Pff. Ja, sie hat mich sogar noch geäht, wie hab ich sie denn dann getötet. Hä? Jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Warte, dann kann ich dich immer richtig hardcarryen. Haha, das geht nicht mehr. Ja doch, ich hab... Du bist ein Zed eigentlich. Ich hab den länger nicht mehr gesehen, ey. Alter, ist doch ab nochmal. Was macht denn der für ein Damage? Er ist Gründer mehr. Drei Harder mehr. Komm mit Homies. Komm mit Homies, Junge. Ja, das Problem ist, wir müssen mal gucken wie ein Baron, ne? Ey, ich frag mich die ganze Zeit wo Ding ins Zed. Ich seh den die ganze Zeit nicht, das ist halt... Ja, er wurde gerade eben auf der Botlane getötet. So. Wenn man mich getötet hat. Ist da Pilz gerannt, oder? Er kam einfach aus dem Busch mit seiner Ulti direkt auf mich drauf. Ah, da ist doch Zeit auf der Botlane. Ja, wir könnten die Ridge einen dicken Baron machen, oder nicht? Fuck. Weil alle da, und Zed Botlane den einen Tower kriegt. Okay, das ist gut. Sonne an mir. Aber halt euch, ne? Wir sind in Depth. Fynn. So nett, richtig. John. Äh, nein. Zed Botlane. Haben wir Baron? Nein! Was?! Oh, meine Fresse! Aber dafür hat auch nur Zed den Baron jetzt noch, weil alle anderen von denen tot sind. Ja, es lauft mich! Fick dich! Ich hab kein Weh! Kein Weh! Ich hab kein Weh! Hat keiner von euch Homies oder so? Ach, ihr Feeders, ey! Ich hab andere Boots, um zu chasen. Ich dachte, das ist so... Right ahead, ey, what the fuck? Aber ich hatte auch keinen Sonjas, weil... Zack, weißt du, cooldown und enden, ey. Aber er hat einen GA, der Bastard. Hätte ja eh nix gedruckt, wie er so... Wie kann er mich denn die ganze Zeit, wenn er geblendet ist, töten, ey? Es geht... Mach ihn weg, ey. Ohne Witz, ich hasse dieses Game, ey. Echt geflasht, ey. Timo ist so ein Dreck, Shane, ey. Da kommt Leona und dann Paz! Komm, nee. Aber das wird ein Scheiß-Team falls gebrochen. Ich hol die aus der Hölle. Ich bin einfach down. Das ist jetzt lost. Lord. Lord. Ja, also Raka holt die aus der Hölle, Alter. Äh, er geht da nicht mehr rein. Ey, wir gehen da nicht rein, ey. Raka holt die, suckt megakork, ey. Äh, das kotzt mich an. Hattest du wieder full live oder was? Lord, schau dir die an. Ich bin auch eh nicht in drei Tage tot. No. Äh. Ja, scheiß doch auf den hier. Der wär eh lost. War ohne Witz. Äh, niemals. Ich hätte noch Sonja drücken können, aber ich wär's trotzdem verringt. Äh, ich brauch's mit Damage. Na, Z, äh. Sicherlich. Äh, würd ich nicht gewinnen können, oder? Und dann renne ich. Und ich komm immer weg. Ah, und wieder einmal das Gleiche. Jedes Mal das Gleiche. Er hat immer seine Ulti. Immer. Und jedes Mal steht er im Busch. Und jedes Mal krieg ich direkt die Ulti. Leider, geh nicht drauf, geh nicht drauf. Weil, ist ja auch ganz normal. Der Typ ist gefeadet wie Scheiße. Aber der hat immer seine Ulti für mich. Es geht so ganz. Ach, Mann. Und dann rennert diese Scheiß-Games. Ah, nein, Alter. Hm, relax. Wir müssen trotzdem irgendwann mal das Sinn kriegen, dass die für das Ding fünf Seiten müssen. Weil, wenn Tunnelmeer und Z jetzt die ganze Zeit split pushen, ist auch nicht so geil. Na, ich schummel zum GA. Äh. Ich hab mir übrig, irgendwas muss ich ja machen. Es wird spannend. Spannend, ey. Check the fucking tower. Ja, kein Schaden. Oh, die wollen top. Du musst halt mehr Stacks drauf kriegen, oder? Ja, klar. Aber ich mach dir noch so kaum Schaden. Ja, doch. Der hat nur ein GA. Das reicht nicht. Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Eigentlich den Inhip Deffen. So da, wo der Inhip steht. Ja, ne, ich mein die. Ja, was die machen, weiß ich nicht, aber... So. So. Stay at the Vanguard. Huh? Hey? Ah, fighte da jetzt nicht unter mich, ne? Ja. Das mir ist egal, ich kann die Baby... Wie ihr seht dann hier, oder? Waren die jetzt eigentlich auf dem Baron, oder auf Wattbaden? Ja, top. Was macht Namumu da unten schon wieder... ...schon wieder... ...Face kriegen. Jetzt vermutlich, ich habe ja, ich hab das Spiel den Rishigen gegeben. Oh mein Gott! Junge Homegards! Die scheiße, die man immer buggen muss, ne? Wahnsinn! Ich war ja diesmal bestimmt außer Base Oh, da kommt wieder Skanor Rein von hinten War geil! Lauf, lauf, lauf! Geht nicht! Fuck Oh man Ich hab wohl die in 5 Nein! Nein! Dann sie! Baren! 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 Oh, Zed und Brünner sind aber da Wir müssen vorsichtig sein, ich hab keine Ulti Die uns hier catchen! Zed und Zed ist Mitte Ja, da muss auch einer jetzt Mitte defen Ne, ihr euch beeilt, dann könnt ihr es noch hinkriegen Ok, Mitte defen Ich hab nen Deathcap, oh der ist Zed Der weg Da ist drauf Mach den doch kaputt und Was brauch ich denn für ein letztes Item ONG, ey? Oder weg Aber dann mach ich mir ONG Bisschen Amo, ey, ne? Die sind jetzt back to Splitting wieder Ja, ja, ja Die Sonne riecht immer immer Ein piece of shit, ehrlich Ein piece of shit, ehrlich Stand and fight Alter, wie scheiße wenig Lichwain macht, ne? Das war nur noch die Hälfte, Alter, krass Ich muss nicht fallen Da ist drin, da in der Mitte Ich bin aufm Weg Ja, wir dürfen da auch grad nicht fighten, also Ne, ne, zurück 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 Wenn, dann sollen die zu uns kommen Oh, bitte nicht, wie allein zum Dragon Lauf Ja, lass uns wenn, als Gruppe Ja, ja, ne, weil Dragon ist ja eh Die ist scheißegal Ja, ja, lass mal gucken, dass wir von der Mitte mal pushen, oder? Ja Wir haben Baron und So ein bisschen ahead Z hat wieder GA, das ist das einzige Den Ine besorgen das natürlich Vorsichtig Das ist gewesen Oh Gott, mein Sonja ist voll für den Arsch Ich bin tot Ich bin tot Wack Bitte, finish das Game, danke TEMO, FINISH Hallo Ich bin gerade tot, für 60 Sekunden Ja, ich hab's auch gerade geschafft Easy Easy Bip Wadäme, der So much damage Gut, dass der in Vayne nichts kann, ne, sonst hätten wir echt ein Problem Das war ein Luck Win Ja, das glaub ich nicht Victory Wir konnten uns aber irgendwann nicht mit ihm fighten Ich bin tot Ich bin tot